Grüß euch, ich bin der Dominik, bin 23 Jahre alt und komme aus dem grünen Herz von Österreich. Zu meiner Angelerei, ich angle hauptsächlich am Fluss, auf der Ruhr, auf der Bayernmarkt, in der Graz, nebenbei angehe ich noch in Slowenien, Grazien, auf der großen Baggersee. Und heute zeige ich euch einfach, wie ich meine Angelerei gesteuert mit einem BVA-Pack von dem Bruder. So, die Sachen sind vorbereitet. Da haben wir einmal die Sheryl-Lady-Koodling, die habe ich gefrascht, grobkörnig, da haben wir noch ein bisschen fein, Stickmix auch, ein BVA-Pack, Backofutter, Forelle, hinter jeder, passend Liquid. Da haben wir noch ein Gemossen als Daumen, dann machen wir uns. Ein kurzer Tipp im Rante, hier beide nur die großen Schauften, am besten nicht an einem normalen Löffel mit, da könnt ihr es besser portionieren. Ja, dann geht's auch. So, letzter und dritter. Richtig geil schaut der aus, gell. Richtig verdammt geil. Richtig geil. Richtig geil. Richtig geil. Die BVA-Speaktinnen sind fertig. Perfekte kleinere Größen, für das Weitwerfen, die dickeren für nicht so weites Werfen. Nächste Woche geht es weiter mit dem nächsten Video, da seht ihr mich auf dem Fluss, welche Taktik, welches Futter etc. und und und. Abonniert den Kanal, einschalten, fiat euch!